in diesem video stellen wir euch karri den knudelbären schlechthin des jahres 2019 der bär kann so viele geräusche gesten und mimiken einfach spaß macht mich eben zu spielen letztendlich spielt auch noch einige einschlafmelodie wenn euch dieser bär gefällt oder ihn gerne verschenken möchtet dann klickt doch gerne einmal auf den link den ich hier unter diesem video hingeschrieben habe dieser führt euch direkt zu amazon dort könnt ihr den bären dann auch gerne bestellen im folgenden zeigen wir euch einfach mal wie der bär sich spielen lässt wenn euch dieses video gefällt lasst mir gerne einen daumen hoch abonniert gerne meinen kanal und wenn ihr schon dabei seid klickt doch bitte auf die glocke um auch zukünftig kein neues video mehr von mir zu verpassen ja 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 vorab und ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020